Was geht ab leute, Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, nachdem wir in der letzten Folge die zwei Idioten hier platt gemacht haben, ganz knapp. Oh shit. Puh. Puh. Owa. Juhu. Mongo. Weg mit dir. Heiderlitzka. Hä? Ein bisschen komisch. So wie zeigt ein Dicato eigentlich nur da lang? Hm. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Aua. Wuhuu. Yeeeey. So. Hm. 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 Ah, wir betreten. So, dann wechseln wir mal zum Bumblebee. Hm. Hm. Der war nicht so wirklich dran. Hm. Sideswap. Hm. Wohin. 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 ja so muss ich denn Nein, nein. Yeehaa! Outschie! Oh shit! Ha! 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 Wooooow! Boom! No one gets by the Constructicons! If he gets off, come both country! Oh fuck! The Devistator! Megatron! This will hurt! Misty! Ah! Yeah! This is your end! Woo! I don't need this move. Okay! Need instruction! Too easy! Huh! Huh? 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 Ich hab die Hand abgedreht, würde ich sagen. Ah! Ah! BAM! 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 Nein! So knapp! Oh, ich muss ja nur bei der Hälfte wieder. Hoho! Das finde ich gut. So, wer nehmen jetzt trotzdem hier diesen Kraftbooster? Halt das? Halt das? Halt das? Halt das? Oh shit Nein, 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 nein! Aaaaah... Ja, so unerdeckend. Oh, oh. Es gibt ja nichts. Mann. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh come on! Gnade. Das ist das Wichtigste. Aber wenn sie sich nicht sniffle,遊 connects den Maschinen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Muss doch gehen, Mann! Ich weiß, ich glaube, ich anfange zu schießen, das ist vorbei. Irgendwie noch irgendwelche Objekte, Kraftboost oder so. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Oh Mann! Sonst muss ich ja wieder Optimus Prime nehmen. Als wenn's jetzt nicht bleibt, nehme ich Optimus. Schieß ich mal überhaupt nicht, sondern mach nur mit meinen Schlägen. Alter, wie willst du denn da aufweichen? Du machst 20 Dinge auf einmal. Bam, 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 bam. Hm. Du machst so viele Schläge, so kurz in der Mut, wow. Oh Mann! Ach, Mann, oh. Und zu früh. also ok mit Optimus wissen es gar nichts das lief weitaus besser mit dem anderen hey Peter was los oh hier ja 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 oh shit Geh auf den Puss. Wow. Das war's. Woaaahhhhhh! mit der Sektikon. Insofern von Cyberformen diese Stadt. Mit mir auf dem Helm, der gesamte Planeten wird in wenigen Tage transformiert. Du planst für Cyberformen die Erde? Lass mich korrigieren, Optimus Prime. Ich habe nicht planen, zu tun. Ich habe bereits angefangen. Aber die Erdlinge... ... werden sterben! Ergebnis Kapitel 1! Wuuu! Start aus Stahl! Divastatros, Bro! Boah! Divastatros, Bro! Divastatros! Wheelcheck ist ein spielbarer Charakter. Wuuu! Meine Mission im Haus hat uns Modus freigeschaltet. Wuuu! 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 Was die nächste Generation! Ja, Leute! Sch paused mich zu eigentlich! Gernens! Wer... ... I Launch! Yours hab gehört! Wuuu! W Stück пропblosed! Be ready! Follow me! What are we waiting for? What are we waiting for? So... What are we waiting for? Maybe... I don't think I have to be able to do anything. Is I am going to be able to do anything? No! I think I will be able to end this episode with WheelCheck! Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und sonst sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und hau rein, ciao.